Warte, Schlangen. Ach komm schon. Ich hör mal mal. Spiel beginnt, wenn ich den Server fahrzehren? Okay. Okay. Dann soll es so sein. Leben und Tod, tägliche Befehle. Sanitäter. Ja. Easy. Easy, easy. Easy going. Komm. Beitreten. Truppenstärke bei 50%. Wir dürfen nicht noch mehr Soldaten verlieren. Alle feindlichen Truppen müssen vernichtet werden. Was ist denn das? Hm, die erste Nase juckt. Ah, danke. Ah. Ah. Danke. Oh, was in den Cubans da ist? Ich muss zu Hause kommen. Das ist der Fluss. Sieht hier mit euch. Ich hab eine Fluss. Ich bin jetzt ein langes Bl Mickey. Das ist nichts. Du bist so riesig. Was ist das? Nein, das wäre scheiße hier Hier, noch mehr Erste Hilfe Rauchgranate kommt Rauchgranate kommt Oh, schab doch nicht So Na, lassen wir mal Die sind echt scheiße, komm Das macht hier keinen Sinn Das ist sicher, sie schlag so gut wie verloren hier Mensch Ich versuch's mit einer Rauchgranate Ja, erste Hilfe für dich Keine Sorge, ich helfe dir Scheiße, Scheiße, hilf mir Du hast was gut an mir Nein, Täter, ich sterbe Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das Team ist echt ja lohnt sich noch ein beitritt da kann lassen wir noch nicht da hin okay gehen wir hier raus ja die lobby gefällt mir nicht wenn man denn manne oder vielleicht bin ich einfach so schlecht geben mir nein das ist die 6 12 will ich nicht gehe ich lieber hierhin die gefühlt mir besser das geht auch schneller hier und beitreten warte ich lange weil die mit mag ich nicht nehmen wir mal die hier nehmen wir mal die hier und schauen mal was ich für ein team kriegt aber es kann nicht wahr sein ganz ruhig das wird schon wieder ich bin bei dir so ich hab's versucht 14 nehmen muss ich verkaufen das kriegchen weiter weiter echt also mein sport ok medics pot ok das sieht das sieht gut aus Ja. So, ja. Arsch jetzt! Alle feindlichen Truppen müssen vernichtet werden. Erste Hilfe. Einverkehrter erster Feindabschuss. Ja, erste Hilfe für dich. Rauch, Marsch! Rauch, Granate kommt! Mit besten Grüßen! Ich bin bei dir. Ich bin irgendwo Tote. Ich muss nur covern. Mach mich nicht arbeitslos hier. Geht, nein! Geht, nein! Scheiße! Achtung! Werfen auf! Geht, nein! Heiß Hilfe für dich! Willkommen zurück, Soldat! Let's get through the best half! Ich bin bei dir, Soldat! Da bist du hier wieder! Ich kümmer mich um dich! Hier, erste Hilfe! Hilfe! Okay, mein erster Tod. Ich versorg deine Wunden! Willkommen zurück, Soldat! Hier, falls du erste Hilfe brauchst! Gleich geht's dir weg! Ich werfe noch auf, Granate! Ich bin bei dir! 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 Wir haben die Hälfte von Ihnen ausgeschaltet, keine Zeit für eine Pause! Ich bin bei dir! 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 Pass auf, pass auf hier bei mir ist einer, pass auf hier bei mir ist einer Das ist gefährlich Das ist gefährlich Ich bin hier! Was machen wir, Digga? Hm, schön! Komm, kill's aber, hey! Freut ihr mich? Ich will nicht sterben. Fakt zu leid. Ich bin bei dir, ja? Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich werfe eine Rauchgranate. Ich bin verletzt. Kann mir jemand sagen? Ich bin verletzt. Gleich haben wir gewonnen. Ich hab was für Sie. Rauch! Ich bin verletzt. Ich habe das nicht gewonnen. Da bist du ja wieder. Du hast mir nichts angerechnet. Nur Maddix im Spiel. Haltet es da immer im Auto. Ich bin für dich da. Danke, dass du das versuchst. Hier, erste Hilfe. Da bist du ja wieder. Das wird dir helfen, Soldat. Oh, schön. Kämpfest? Ach, egal dann. So, Statistik. Top 19. Sehr gut. Überblick. Zeit noch wahr. Punktestand. Oh. Ja, würde ich sagen, ne? Punkte persönlich. Und mein Squad. Runde wird gestartet. Also, lief gut die Runde. Als Sanitäter. Als Sanitäter. Ja. Kampf Sanitäter schlechthin. Warten hier. Also gut haben. Hm. Alles feindlichen Soldaten müssen eliminiert werden. Mal. Also gut sind. Oh, mein Richard. Möchtend. Ich hab hier. Ich hab hier. Oh, ich hab hier. Ich hab hier. Schau. Oh, ich hab hier. Oh, ich hab hier. Was ist das? Ah, ich wollte gerade runterspringen, aber egal. Jetzt kriegen wir nochmal hin. Wir haben die Führung verloren. Holen wir sie uns zurück. Ah, Mann. Jetzt renne ich da voll rein, du. Hier, für dich. Keine Sorge, ich helfe dir. Ich lege dich zusammen, ja? Gute Arbeit, danke dir. Ich lege dich zusammen. Bist ein Engel, danke. Wir haben die Führung überdommen. Komm, ich krieg dich wieder hin. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Danke, Soldat. Keine Sorge, ich helfe dir. Erste Hilfe, greif zu. Danke, Soldat. check Friday machen Sie im letzen kinnen. Jette Hilfe wird vermisch. Schuss. Ach, so geht es dir? Oh nein,eschön. Laatmen ich nicht in Führung below. Schuss. Ich versuche eine Raufgranate. Ich bin für dich da. Ich versorg deine Wunden. Jetzt bist du tot. Ja, erste Hilfe für dich. So, da komme ich nicht hin. Ich hätte dir gerne geholfen, aber ich komme da nicht hin. Scheiß Auto-Aim, du. Sie liegen in Führung. Schlag zurück. Sekunde, ich lade nach. Was? Was? Ich bin für dich, Prachtschuh! Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Blacke! Feuer! Hier! Noch mehr Erste Hilfe! Ich bin einfach so schlecht geworden. Echt zum Kotzen. Er ist jetzt ein Feuer! Er ist einfach so schön. Er hat sich jetzt ein Feuer! Ich bin jetzt ein Feuer! Ich bin jetzt ein Feuer! Ich sterbe! Hilfe, helf mir! Ey, das kann doch nicht sein! Ich sterbe! Hilfe, helf mir! Nichts hat's erwischt! Willi, lad ihn da! Hilfe, helf mir! Willi, lad ihn weg! Rauchgranate geworfen! Ich kümmere mich um dich! Da bist du ja wieder! Komm jetzt! Komm jetzt! Das war's! Ja. Ja. So, letzte Runde für heute. Noch diese 45. Ja. Sorry! Sorry! Gehe, das bringt dich wieder auf die Beine! So freundlich! So freundlich! Okay! Instant, ja klar! Willkommen zurück, Soldat! Keine Sorge, ich helfe dir! Ich hab was für Sie! Rauch! Der Kampf ist für uns so gut wie gelaufen! Rauchgranate ist unterwegs! Versteckung ist unterwegs! Ruhig bleiben! Versteckung ist unterwegs! Ja, das war die schlechteste Runde, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Wir verabschieden uns mit der Niederlage. Ist das schön, läuft! Das war wirklich die schlechteste Runde. Aber egal! Ich hoffe, Silvia hat nicht Spaß!